Immer wieder Freitags spielt die Musikkapelle die Weidelsburger in Ippinghausen an verschiedenen Stellen im Ort seit Beginn der Corona-Krise. Heute geht es auf das Dach der Firma Wolf. Mit einem Gabelstapler werden die Musikanten auf das Dach transportiert. Es wird natürlich auch auf den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand geachtet. Musik 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 Applaus Nun werden die Musikanten wieder nach unten transportiert Für die Weidelsburger Musikanten ist das jeden Freitag eine Übungsstunde und macht gleichzeitig den Ippinghäusern ein bisschen Freude in dieser schweren Zeit Da heute noch die Eisheiligen sind und es doch auch ziemlich kalt ist, haben sich nicht allzu viele Besucher hier eingefunden Denke, dass bei wärmerem Wetter am nächsten Freitag mehrere Personen den Klängen der Blasmusik lauschen werden Hiermit bedanken wir uns für euren Aufruf und bleibt gesund! Vielen Dank!